Checkt gerne in der Beschreibung Instagram und Twitter meine neuen Merch und natürlich MMOGA für Points und Game Keys aus. Mit allen Links unterstützt ihr mich. Vielen, vielen Dank dafür. Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Sprint to Glory auf meinem Kanal. Und zwar starten wir heute mal wieder rein in Deutschland mit einem recht umstrittenen Verein. Aber ich finde, das sollte in diesem Video komplett egal sein, denn wir führen einen deutschen Verein zum Champions League Titel, der vom Transferbudget mit am besten dasteht. Das ist RB Leipzig. Falls euch das Ganze gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ich denke, es wird sowieso ein wenig Hate auf dieses Video wahrscheinlich geben, aber ich hoffe, ihr könnt auf jeden Fall dagegen anstimmen. Und lasst auf jeden Fall, falls euch allgemein Sprint to Glory gefallen, einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn wir auf diesem Video die 1000 Likes knacken würden. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in eine Sprint to Glory mit Leipzig. Man muss immer sagen, Leipzig hat hervorragende Jugendarbeit. Wir haben sehr viele junge Spieler, haben viel Transferbudget. Es ist eigentlich der perfekte Verein für eine Sprint to Glory und ich bin gespannt, wie lange wir brauchen, um mit Leipzig den Champions League Titel zu holen. Das ist dann der aktuelle Kader von RB Leipzig. Gulaschi im Tor. Ja, da hätten wir auch noch jüngere Alternativen, wie zum Beispiel Vogo oder auch Philipp Köhn heißt das, glaube ich, mit Vornamen. Und trotzdem, glaube ich, ist das die Position, die ich als erstes verstärken möchte. Wir haben jetzt in der Innenverteidigung Orban und Upamecano. Orban, ja, solide 24 Jahre alt. Upamecano, sehr, sehr jung, 18 Jahre alt. Links Halstenberg, da haben wir zur Not noch Bernadu, der, glaube ich, auch auf links spielen kann. Dann haben wir Klostermann rechts, auch sehr, sehr jung. Keita, überragender Spieler. Kampel haben wir hier noch. Dann haben wir Forsberg, der auch nicht der Älteste ist. Werner, natürlich noch sehr jung. Paulsen, 23 Jahre. Aber da überlege ich tatsächlich auch, ob wir uns da nochmal verstärken. Und dann haben wir noch Sabitzer, auch 23 Jahre. Und dann auf der Bank noch ein Bruma, ein Augustin. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr starke junge Mannschaft. Hier Kunaté, auch gerade mal 18 Jahre alt, könnte man auch spielen. Leimer, gerade mal 20 Jahre alt. Also, ja, wenn man so auf die Spieler guckt vom Alter her, haben wir ja wirklich einen der jüngsten Kader. Vielleicht sogar den jüngsten Kader in der Bundesliga. Und, ja, wir kümmern uns jetzt um Transfers, die natürlich auch ein wenig in das Beuteschema von RB Leipzig passen. Der erste neue Spieler ist am Start. Und zwar einfach mal das größte Torwart-Talent, was derzeit so auf dem Markt ist. John Luigi Donnarumma wechselt zu uns. Ist natürlich direkt erster Keeper und kommt damit hier rein. Und jetzt, wie gesagt, würde ich ganz gerne noch einen weiteren Stürmer holen, der noch ein wenig mehr Potenzial hat als Paulsen. Der erste Spieler von unserer Seite aus ist jetzt auch verkauft. Und zwar handelt es sich hierbei um unseren Rechtsverteidiger Lukas Klostermann. Und dieser wechselt für 16,3 Millionen nach England zu Stoke City. Der zweite neue Spieler passt dann eigentlich ideal ins Konzept. Junger Spieler, deutschsprachiger Spieler, Rechtsverteidiger, wo uns gerade ein Spieler verlassen hat. Wahrscheinlich einer der talentiertesten aus Deutschland, Benjamin Hendricks von Bayern 04 Leverkusen, ist unser neuer Rechtsverteidiger, nachdem uns Lukas Klostermann verlassen hat. Und der letzte neue Spieler in dieser Transferphase ist jetzt auch gefunden. Ebenfalls wieder ein Spieler, der sich in Deutschland schon auskennt und ein junges Talent ist. Wir haben jetzt Mbolo. Und damit, denke ich, sind wir vorne gut aufgestellt mit Werner, Mbolo, Augustin und zur Not. Also wirklich zum allergrößten Notfall hätten wir auch noch Paulsen. Und ja, davor haben wir allerdings zwei Megatalente mit Augustin und Mbolo und Werner wird sowieso immer spielen. Wir starten rein in unsere erste Saison und ich hoffe natürlich, dass wir uns direkt im ersten Jahr international qualifizieren können. Erste Halbserie dann als RB Leipzig Trainer, Manager, was auch immer abgeschlossen. Und ich hoffe, wir sind vorne mit dabei. Tabellenplatz 5 international wären wir derzeit dabei. Ich bin mir relativ sicher, Bayern zieht noch vorbei. Aber vielleicht haben wir ja auch noch Glück und ziehen weiter nach oben durch. Trainerauszeichnungen erhalten. Das würde mich auch mal interessieren, wie viel Trainerauszeichnungen wir am Ende haben werden. Erstmal werden wir uns jetzt um die Verträge kümmern und dann schaue ich mal. Wir haben ja auch noch Marius Müller. Wir haben ja noch mehr Keeper. Uiuiui. Wir haben insgesamt jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Keeper. Souveräne Leistung. Ich würde sagen, ich kümmere mich um die Verträge. Ich glaube nicht, dass wir uns noch Spieler leisten können, außer irgendjemand sollte uns verlassen. Und dann sehen wir uns am Saisonende. Die erste Saison neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir stehen tatsächlich, ihr seht es gerade, im Finale des DFB-Pokals. Und ich bin gespannt, wie wir das abschließen konnten. Ich hoffe, wir können das gewinnen, denn dann sind wir schon safe in der Europa League. Und wir haben den 1. FC Köln tatsächlich 3 zu 0 besiegt. Stehen damit im Finale, äh im Finale, stehen damit in der Europa League. Und eventuell ja sogar Champions League. Wenn wir hier gut abgeschnitten haben, Tabellenplatz 4. Das heißt, Qualifikation für die Champions League. Nur 9 Punkte hinter dem FC Bayern München. Das ist unsere Mannschaft. Nach einem einzigen Jahr sieht sehr, sehr stark aus. Donnarumma 85, Werner 85. Das sind unsere beiden besten Spieler. Mit Cater natürlich. Schauen wir kurz, wie es hier vorne aussieht. Kölnpausen 79 ebenfalls. August Tor 77. Das sieht auch stark aus hier. Im Mittelfeld hätten wir noch einen Dammit, glaube ich. Sogar auch irgendwo hier. Leimer. Wir haben auch noch Bruma auf der Bank. Der könnte auch als Zehner spielen. Also ich bin echt zufrieden, wie unsere Mannschaft nach einem Jahr aussieht. Wir starten direkt rein in Saison Nummer 2. Und dann bin ich gespannt, ob wir da vielleicht schon in der Champions League ran dürfen. Da hatte man eigentlich schon die komplette zweite Saison aufgenommen. Und am Ende der zweiten Saison merkt man, ja, das Aufnahmeprogramm hat ein wenig gestreikt. Deswegen jetzt wieder am Anfang der zweiten Saison. Zwei Transfers sind schon getätigt. Die seht ihr jetzt auch schon in der Startelf. Aber wir können uns sie noch einmal anschauen. Und zwar sind das zwei Verteidiger. Einmal der neue Linksverteidiger von Manchester City, Mondi. Und dann haben wir noch von Ajax Amsterdam das wohl derzeit größte Innenverteidigertalent. 18 Jahre jung. Schon eine 80 und dazu ein 90er Potenzial. Mathis Delikt. Und ich hoffe einfach mal, dass beide uns weiterbringen. Bei Delikt bin ich mir recht sicher. Ich habe zwar noch Upamecano, aber der wird wahrscheinlich als nächstes eher Orban ersetzen als Delikt. Einen Spieler verkaufen wir dann auch uns was. Das Mwogo. Dieser wechselt für 12 Millionen zu Augsburg zum Liga-Konkurrenten. Nachdem wir uns dann jetzt im Anschluss Ende August für die Champions League sogar qualifiziert haben. Der Gesamt 4-1-Sieg gegen Sion geht es direkt rein in die Saison. Und zwar wie gesagt jetzt Champions League das erste Mal und dann natürlich noch die Bundesliga. Die Hinrunde ist dann jetzt auch schon ganz, ganz schnell vorbei. Und ich hoffe, wir sind noch dabei. In der Champions League, in der Liga derzeit haben wir Platz 4. Das würde bedeuten Champions League Qualifikation. Aber das Wichtige ist die Champions League. Sind wir da jetzt noch dabei oder nicht? Das sehen wir jetzt. Und es lädt, es lädt, es lädt. Wir sind tatsächlich draußen. Ich kann euch sagen, wie weit wir letztes Mal gekommen sind. Letztes Mal haben wir es tatsächlich bis ins Halbfinale geschafft. Und jetzt scheiden wir einfach in der Gruppenphase aus. Irgendwie mega random gerade. Wir haben sogar Real Madrid, sag ich schon, wir haben sogar Atletico Madrid in der K.O.-Phase noch geschlagen. Aber gut, dann sind wir jetzt halt draußen. Und dann fokussieren wir uns nächstes Jahr nochmal auf die Champions League. Jetzt sind wir dann auch am Saisonende angekommen. Wir waren tatsächlich noch in der Europa League vertreten. Da sind wir dann gegen Schalke ausgeschieden. Also im deutsch-deutschen Duell. Sehr, sehr belastend. Insgesamt auch nur ein 52er Rating. Damit geht es das zweite Jahr in Folge in die Champions League Quali. Erster neuer Transfer der neuen Saison. Der Saison Nummer 3 ist ein neuer Stürmer. Und zwar Antonio Sanabria wechselt aus Spanien zu uns. 84er Gesamtstärke. Und ja, der bringt unser Team dann nochmal auf ein höheres Level. Jetzt ist der schlechteste Spieler unser Rechtsverteidiger Hendricks. Und wir haben eigentlich auch, vor allem im Sturm, sehr, sehr gute Ersatzspieler. Und jetzt kommt erstmal Sanabria in den Sturm. Und dann sieht unsere Mannschaft jetzt derzeit so aus. Und wir verkaufen unseren ersten Spieler der Saison. Und zwar einen, der seit Anfang an dabei ist. Kevin Kampel wechselt für 32 Millionen zum FC Liverpool. Und tatsächlich, nach dreimal Vertragsabbruch haben wir es jetzt geschafft. Juri Thielemanns wechselt kurz vor Ende. Letzt Transferphase zu uns. Kebayos wäre es eigentlich gewesen. Und der hat uns einfach eine einzige Stunde Zeit gegeben, um zu überlegen, ob wir ihn haben wollen oder nicht. Dann hat er das Ganze abgebrochen. Aber ich bin mit, ich sag ganz ehrlich, mit Thielemanns zufriedener als mit Kebayos. Und der kommt direkt in die erste Mannschaft. Und dann starten wir rein in die Hinrunde der dritten Saison mit RB Leipzig. Wir sind in der Winterpause unserer dritten Saison angekommen. Und schauen jetzt mal wieder rein, wie es denn so aussieht. Und, ui, also in der Liga Weltklasse. Wir gehen zu 90 Prozent, sag ich mal, als Wintermeister in die Winterpause. Oder als Herbstmeister in die Winterpause. Und wir schauen jetzt natürlich noch, wie es hier aussieht. DFB-Pokal sind wir selbst noch am Start. Da ist man meistens irgendwie recht früh ausgeschieden. Und dann jetzt noch das Wichtigste und Letzte, die Champions League. Da sind wir als Gruppenzweiter weiter. Wahrscheinlich hinter Juventus Turin, wie ich gesehen habe, die in unserer Gruppe waren. Und ich denke einfach mal, dass die da den Erster sind. Juventus Turin, Erster, 15 Punkte. Wir, Zweiter, 9 Punkte. Wir, Real, Dritter. Besik, das Vierter. Und damit starten wir direkt rein in die K.O.-Phase der Champions League. Es geht rein in unser erstes Champions League K.O.-Spiel jetzt ja tatsächlich. Da die eine Saison ja leider nicht aufgenommen wurde, ist das jetzt tatsächlich die Nr. 1. Und ich schaue nochmal kurz, ob Amicano hat die 81. Okay, Bernardo 80. Wir haben noch Augustin, Paulsen, Bouma. Also wir sind wirklich relativ breit aufgestellt. Auch wenn man sich die Bank anguckt. Selbst Mbolo ist ja auch noch hier. Fällt mir gerade mal auf. Der kann auch nochmal mit auf die Bank. Also wir haben einen enorm starken Kader. Gehen jetzt aber auch rein in eine Mannschaft oder in ein Spiel gegen eine Mannschaft, die natürlich auch ihre Stars hat. Ein Mbappé, ein Neymar eventuell. Wir werden es sehen. Ich denke PSG ist auf jeden Fall die Mannschaft, die hier favorisiert wird. Und ich hoffe, dass wir das einigermaßen gut machen können. Neymar ist auf jeden Fall da. Ich denke mal, Mbappé ist zurückgegangen nach der Laie. Aber dafür ist ein Batshuayi da. Dafür ist ein Plattenhard. Aus der Bundesliga da ist Sanabria jetzt allerdings mit dem 1 zu 0 in der 26. Minute. Hier ein Sieg wäre natürlich mehr als Traum. Und Werner macht das 2 zu 0. Keita macht das 3 zu 0. Was ist hier los? Kein Gegentor. Dann sage ich, wir sind zu 99,9% jetzt weiter. Ich glaube nicht, dass wir so gegen PSG im Rückspiel auf den Deckel kriegen. Dann starten wir jetzt rein ins Rückspiel gegen PSG. Und ihr seht, Neymar einfach bisher der beste Torschütze. Marlos ist ebenfalls mit dabei. Von uns ist Keita der beste. Aber trotzdem, Neymar ganz vorne mit dabei. Und ja, gegen uns haben sie einfach 3 zu 0 verloren. Ohne ein einziges Tor. Ob sie einen Torschuss hatten, weiß ich leider nicht. Und wir starten jetzt rein ins Rückspiel. Ich bin aber schon recht zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass wir hier 4 zu 0 verlieren. Das würde mich wundern. Und wenn wir ein Tor schießen, bräuchte PSG 5. Und da glaube ich im Leben nicht dran. Deswegen mal schauen. Die Maria mit dem 1 zu 0. Und ich hoffe nicht, dass sie jetzt noch das 2 zu 0 oben drauflegen. Weil dann muss ich doch mal Angst haben. Eigentlich glaube ich, hier ist aber alles fix. 65 Minuten gespielt. Es bleibt weiterhin beim 1 zu 0. Und ja, das Ganze ist durch. Draxler noch mit dem 2 zu 0. Und dann verschießt er noch einen Elfmeter. Da war wirklich die Chance zum 3 zu 0. Und damit Hin- und Rückspiel 3 zu 3. Ein Glück verschossen von Draxler. Damit stehen wir jetzt in der nächsten Runde knapp gegen PSG. Obwohl das Hinspiel eigentlich sowas von souverän aussah. Das nächste Game wird dann auch nicht unbedingt leichter. Denn wir müssen gegen eine Mannschaft dran, die häufig im Karrieremodus in den späteren Jahren die Champions League gewinnt. Und zwar ist das Tottenham, gegen die wir jetzt ran müssen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir starten direkt rein in die Partie. Sie konnten sich zuletzt gegen unseren Gruppenersten durchsetzen. Bin ich zumindest der Meinung, dass das Juventus Turin war. Oder war das letztes Jahr. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher mehr. Aber sie konnten sich definitiv gegen Juventus Turin durchsetzen. Ich glaube, es war wie gesagt in diesem Jahr, dass die Gruppenerster wurden bei uns. Und wir starten direkt rein in die Partie. In die Partie Lucas Son, Ellie Kane. Und das 1 zu 0 macht wieder Timo Werner. Ja, Jimenez in der Innenverteidigung mit Sanchez. Aurier rechts, links Davis. Dembélé haben sie. Vanyama. Also es ist keine schlechte Mannschaft. Sie spielen, glaube ich, auch. Obwohl, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Und Lurie auch noch im Tor. Also das sieht sehr, sehr stark aus. Aber wenn wir hier ohne Gegentor bleiben, ist das ideal. Thielemanns 2 zu 0. Die Mannschaft harmoniert sehr, sehr stark. Wir gehen direkt rein ins Rückspiel. Ins Rückspiel können wir dann, ja, ein wenig unbesorgter reingehen als in normale Rückspiele. Aber ich würde nicht sagen, komplett unbesorgt. Denn wir haben es gesehen. Gegen PSG. Es ist gar nicht so, ja, hoch die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier wirklich komplett weiter sind. Vor allem, wenn Ellie das 1 zu 0 macht. Das erhöht jetzt allerdings die Wahrscheinlichkeit. Zanabria mit dem 1 zu 1 in der 20. Minute. Damit sieht das gut aus. Tottenham bräuchte vier Tore insgesamt. Zwei müssten sie jetzt noch innerhalb von 30 Minuten schießen. Und das wird sehr, sehr hart. Eins haben sie jetzt gemacht. Bruma mit dem 3 zu 2. Oh mein Gott. Erstmal kurz realisieren, auf welcher Seite das Tor passiert ist. Aber Bruma macht das 3 zu 2 damit insgesamt. Ja, ein 4 zu 2 für uns. Auswärts-Tor-Regelung hätte es sowieso noch gecarried. Das heißt, wir hätten fünf Gegentore bekommen können. Haben drei bekommen. Und das sieht auf jeden Fall, ja, ganz stark aus. Wir gehen jetzt rein in die nächste Runde. Und das wäre dann schon das Halbfinale. Und dafür müssen wir noch einen Tag vorsimulieren. Und ich hoffe, dass das ein machbarer Gegner sein wird. Es wird, ja, Manchester United. PSG, Tottenham, Manchester United. Das ist echt unfassbar. Oder sind echt unfassbar schwere Gegner. Normalerweise kriegt man echt mindestens einen leichten dabei. Das sind jetzt drei Megakracher. Dann geht es jetzt tatsächlich rein. Schon ins Halbfinale. Manchester United steht vor der Tür. Was ich nochmal nachschauen könnte, ist, haben die irgendeinen Top-Torschützen, auf den man sich vielleicht ein wenig in Acht nehmen sollte. Von uns ist allerdings auch keiner dabei. Das fällt mir schon mal direkt zu Beginn auf. Lingard, der beste Torschütze. Und dann nach Lukaku. Wo ist denn bei uns der Erste? Hier, Werner mit vier Toren. Sieht auch nicht ganz so gut aus. Und bei uns in den Vorlagen sieht es auch nicht so souverän. Also, wir sind nicht so doll vertreten. Wir müssen auf jeden Fall hier auf Lukaku aufpassen. Das müssen wir definitiv. Genauso wie auf Lingard. Das sind die beiden besten Torschützen von Manchester United. Und dann starten wir direkt rein in die Partie. Und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal hier irgendwie weiterkommen könnten. Lingard jetzt allerdings. Ja, der angesprochene Lingard mit dem 1 zu 0 für Manchester United. Aber vielleicht können wir hier irgendwie ein Unentschieden mitnehmen. Das wäre schon schön. Denn, ja, damit haben wir eigentlich gute Ausgangslage für das Rückspiel. Lukaku allerdings direkt nach dem 1 zu 1 mit dem 2 zu 1 für Manchester United. Die beiden Spieler treffen, vor denen ich gewarnt habe. Und es bleibt auch beim 2 zu 1. Für uns geht es dann jetzt mit der bisher schlechtesten Ausgangslage nach einem Hinspiel rein ins Rückspiel. Am besten wäre es, wenn wir Manchester United kein Tor schießen lassen. Denn dann bräuchten wir nur ein einziges Tor und wären hier weiter. Das wäre natürlich ein Traum. Aber gut, das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich bei dieser Offensive, die Manchester United zu bieten hat. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass das Ganze irgendwie funktionieren kann. Es wäre jetzt echt tödlich, wenn Manchester United das 1 zu 0 schießt. Dann können wir das Ganze direkt überspringen. Überspringen, 70 Minuten gespielt, es bleibt weiterhin bei 0 zu 0. Werner mit dem 1 zu 0, damit wären wir im Finale. Und 5 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute, wir sind durch. Wir stehen im Champions League Finale. Und da bin ich jetzt gespannt, gegen wen müssen wir dort ran. Champions League Finale ist gegen die Mannschaft mit der Fünferkette, gegen Chelsea. Und ihr habt gerade gesehen, parallel dann auch noch das DFB-Pokalfinale. Das heißt, vielleicht können wir sogar, wenn die Meisterschaft läuft, das Triple holen. Wir starten rein ins Champions League Finale im Wanda Metropolitano. Und zwar ist die Begegnung RB Leipzig, VOS, Chelsea. Und ich bin gespannt. Wir würden wahrscheinlich jetzt Underdog reingehen, würden wir nicht so souverän die K.O.-Phase gemeistert haben. Und Chelsea hat aber auch starke Gegner gehabt, wenn ich das gerade sehe. Wir hatten Neapel und dann die Doppel-Madrilen. Einmal Atletico, einmal Real. Und damit stehen sie jetzt uns gegenüber hier im Finale der Champions League. Unsere Aufstellung ist jedem bekannt. Timo Werner gegen Eden Hazard. 24 Jahre gegen 29 Jahre. Da ist natürlich ein kleiner Erfahrungsunterschied. Aber ja, unsere Mannschaft ist jung. Unsere Mannschaft ist hungrig. Vielleicht können wir das Ganze packen. Hier haben wir ihn, Eden Hazard, sieben Tore geschossen. Und damit ganz vorne mit dabei in der Torschützenliste. Ich glaube nur Diego Costa, Ex-Chelsea-Spieler, ist mit auf einem Level ebenfalls sieben Tore. Das kann er jetzt übertrumpfen. Hier unsere Aufstellung sollte jedem bekannt sein. Wir gucken uns nur noch die Aufstellung von Chelsea an, von den Londonern. Denn die ist interessant. Einen Spieler wissen wir schon. Und das ist definitiv Eden Hazard, der wahrscheinlich irgendwie links außen über den Flügel kommen wird. Da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt auf die weiteren Spieler. Die werden wir nämlich jetzt sehen. Und da haben wir zum einen Courtois, Sergio Roberto, Rüdiger Christensen, Aspili Quetta und Marco Alonso. Damit eine Fünferkette, wie immer bei Chelsea. Davor Kante und Bakayoko und dann vorne Eden Hazard mal kommen. Und in der Mitte Morata. Damit sehr, sehr viel Flügelspiel mit Makom und Hazard. Beide schnell, beide trickreich. Das könnte hart werden dann, Morata. In der Mitte, wir starten rein in die Partie gegen Chelsea. Und das ging schnell. Noch nicht mal eine Minute getickt und da steht es 1 zu 0. Schnellstes Tor der Champions League-Geschichte in FIFA wahrscheinlich wohl. Also ich weiß nicht, ob da jetzt noch eine Minute steht oder ob da zwei Minuten stehen wird. Aber Courtois läuft raus, verschätzt sich damit ein bisschen Zanabria mit dem 1 zu 0. Perfekter Ball übrigens. Das habe ich noch nicht erwähnt und der kam, glaube ich, von Forsberg. Und wir schauen jetzt an, ob das Ganze in der ersten Minute war. War das Ganze tatsächlich in Minute 1? Konnte Zanabria hier direkt nach, ja, 59 Sekunden glänzen? Wow. Schnellstes Champions League-Tor oder Champions League-Final-Tor aller Zeiten vielleicht. Und FIFA denke ich mal definitiv. Starker Doppelpass erneut. Zanabria 2 zu 0. 11 Minuten gespielt. Und wir spielen hier. Ja, immer noch auf unseren veränderten Einstellungen auf Legende. Das bedeutet, dass wir die CPU noch stärker gemacht haben, als sie normalerweise auf Legende wäre. Ja, aber dieser Doppelpass hebelt die Fünferkette auf. Aspili Quetters ist, glaube ich, der da komplett rausrückt. Und damit Zanabria den freien Raum gibt, ja, ist er. Ja, und damit steht es jetzt einfach 2 zu 0 nach 11 Minuten. Zwei Torschüsse haben wir gebraucht, um zwei Tore zu schießen. Und damit Zanabria mit dem Doppelpack. Und stand da gerade eben sieben Tore. Dann ist er jetzt sogar auf einem Level mit Hazard. Und müsste nur noch ein Tor schießen, um alleiniger Top-Torschütze der Champions League zu sein. Was eine Aktion von Zanabria, sonst würde es jetzt hier gerade, ihr seht es, wenn er da nicht reingekommen wäre, würde es jetzt das 2 zu 1. Aber durch diese Glanz-Tart, da jetzt nochmal, bleibt es weiterhin beim 2 zu 0. Boah, Platz für Timo Werner. Und ja, der ist schnell. Er legt sich den Ball zwar ein bisschen zu weit vor, aber das ist auch egal. 3 zu 0, 24 Minuten gespielt. Ähm, ich sag ganz ehrlich, man merkt, dass wir früh in Führung gegangen sind, denn hinten bei Chelsea ist alles offen. Wir stehen mittlerweile defensiv und kontern einfach nur, ihr seht es hier, defensiv. Und ja, das ist einfach die Taktik, die wir jetzt angehen müssen, um hier ein souveränes Spiel zu spielen. Und deswegen werde ich das auch weiterhin durchziehen, wenn wir so einfach am erfolgreichsten sind. Chelsea macht mittlerweile schon nach vorne auf. Und das war ein Foul. Wenn man da ein Foul gesehen hat, ja, der hat ein guter Auge. Und da ist es passiert. Chelsea 3-1. Also so einfach ist es hier nicht. 29. Minute schon... Oder 30. Minute und schon 4 Tore passiert. Das sieht man, glaube ich, auch nicht in jedem Champions League Finale. Und jetzt mal Naby Keita. Oh, der war gar nicht mal so schlecht. Oh, große Lücke. Sanabria ist durch. Sanabria mit dem Abschluss nochmal und kurz faster. 70. Minute 3 zu 2. Und das Spiel ist wieder spannend. Nach einer 3 zu der Führung, die gerade mal nach 19 Minuten oder sowas war. Oh, stark gemacht von Sabica. Nochmal auf die Grundlinie runter. Jetzt in den Rückraum. Timo Werner steht nicht gut. Der stand überhaupt nicht gut. Der stand miserabel. Jetzt läuft er. Jetzt muss es aber sein. Sabica. Problem ist, Kanté ist sogar schneller. Sabica wieder mit seinem berüchtigten Hacke zu Hacke. Jetzt in den Rückraum. Und Sanabria wäre da alleiniger Torschütze gewesen. Vorbei ziehen. Sanabria, bitte mach ihn. Jetzt aber. Und nein. Und Werner läuft. Muss ich noch über Forsberg reden? Ist er gerade weggelaufen vom Ball? Wollte er den Ball gerade nicht haben? Ich glaube, es war so. Ich glaube, Forsberg wollte den Ball gerade nicht reinmachen. Der ist wirklich weggelaufen. Und. Ja gut. Wir gewinnen trotzdem 3 zu 2. Und jetzt heißt es nur noch, wie sieht es aus im DFB-Pokal. Und wie sieht es aus in der Bundesliga. Aber ich muss gerade ehrlich sagen, es passiert. Wir haben zwar gewonnen, aber es passiert so viel Nonsens in diesem Spiel. 3 zu 2 Sieg. Und wir schauen rein auf die Tabellen. Und zwar ist es noch der DFB-Pokal und die Bundesliga. Vielleicht könnten wir tatsächlich das Triple in den Osten von Deutschland holen. Und DFB-Pokal. Weil dann wird tatsächlich gewonnen. Und Liga auch. Triple nach Leipzig. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst definitiv gerne einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.